Zum Safer Internet Day 2018 will ich mal nicht in den Chor derjenigen einfallen, die euch raten. Gebt keine Daten von euch preis, passt auf, was ihr postet. In Zeiten von sozialen Netzen macht das auch keinen Sinn, denn dort geht es um Datenteilen und ihr habt die Einverständniserklärung dazu abgegeben. Aber wann habt ihr das letzte Mal eure Privatsphäre kontrolliert? Wer hat was von euch gespeichert? Wer kann was von euren Postings sehen? Nutzt doch mal wieder die Möglichkeit der Kontrolle. Zum Beispiel bei Google den Privatsphären-Check durchführen oder bei Facebook mal das Aktivitätenprotokoll anzugucken. Dann sieht man auch, was euer Konto gemacht hat oder was dort passiert ist. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass euer Konto gehackt wurde. Ihr seht, die Kontrolle über den eigenen Account und die eigenen Daten zu haben, ist ein ganz wichtiger Beitrag für ein sicheres Internet. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Safer Internet Day 2018.